Der Krieg gegen die Cardassianer lief ja ganz gut. Jetzt müssen wir uns aber erstmal ein bisschen konzern. Jetzt müssen wir uns erstmal neu ordnen. Und dazu werde ich den Cardassianern einen Nicht-Angriffspakt vorschlagen. Das ist gewagt, aber wir treten sogar alles umstrittene Gebiet ab. Und schauen mal, ob sie darauf eingehen. Das ist nur ein viertes eine. Weil einen langfristigen Krieg kann ich mir nicht leisten. Ich nehme an, hier unten liegt Cardassian. Und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich würde allerdings auch gerne gegen die Romulaner nicht antreten müssen. Auch hier 100 Runden. Umstrittene Gebiet, trete ich es ab? Ja. Es dürfte nicht viel sein. Und dann schauen wir mal. Weil ein Krieg kann ich mir leisten. Zwei Kriege wird schon haarig. Drei Kriege auf Dauer nein. Das machen wir mal automatisch. Unsere Krieger waren siegreich. Unsere Krieger haben sich aus dem Kampf zurückgezogen. Ich habe Cardassia gefunden. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Die Gausikana bieten uns so einen Bündnisvorschlag an. Abkommen wird angenommen. Sehr geil. Hier unten läuft noch das Terraforming. Richtig gut. Hier kommt den Kaufhummer. Die zwei kommen da hin. Ist das? Die ziehen wir mal zusammen. Das wäre eine Dreierflotte. Ich will am liebsten erst mal drei Schiffe pro Station haben. Hier unten haben wir eine Besonderheit. Ich werde eine Staffel aus neun Bird of Grey machen. Klar, das sind nur die kleinen Aufklärer. Aber die KI konzentriert sich bei Angriffen auf die Station. Erst mal auf die Station. Und ich will hier zur Sicherheit einfach eine neuner Flotte Bird of Grey hinschicken. Dass ich überhaupt da was habe. Und das muss schnell gehen. Und die gehen halt sauschnell. Und es hat sich gelohnt, da hoch zu gehen. Gruppe wählen. Anflugangriff. So. Erst mal das zivile Schiff weg. Ja. So und nicht anders. Imperium obsiegt. Da machen wir mal automatisch. Die Krieger waren siegreich. Sartok System. Zwei Kraftwerke. Oh, die Cardassianer haben unterschrieben. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Ja, die Romulaner haben abgelehnt. Aber es geht schon. So. Und jetzt haben wir natürlich hier ein Problem. Wir haben Energie verloren. Das bedeutet, der Scanner ist aus. Aber ich kann erstmal von der Produktion, wie ich sie geplant habe, nicht abrücken. Ich muss sogar rausgehen aus der Forschung. Bringt mir das was? Nee. Das bringt mir nichts in der Produktion. Kein... Einen. Hier. Das reicht. Äh, das bringt mir eine Runde schneller, die Produktion. Das nehme ich hin. So. Tarnen. Formation. Gut. Da haben wir hier eine Zweierflotte. Hier haben wir eine Dreierflotte. Da haben wir einen Jäger. Den greifen wir mal an. Ja, wir müssen sehen, dass wir die Einzelnen hier angreifen und uns kaschen. Den schicken wir mal in das System, weil da haben wir immer noch die Cardassianer nah dran. Hier gibt es jetzt erstmal zwei Kolonieschiffe. Ähm, ich muss sehen, dass ich die Systeme schnell ausbaue, Terraforme und so weiter. 67% beim Terraforming von dem Planeten. Das geht mir zu langsam. Sternenbasis ist... ...zu 33% fertig. Ich werde die vier Schiffe erstmal hier hochziehen. Terraforming abgeschlossen. Nachrichten von den Diplomaten. Ach, das ist doch ein Scherz. Genau eine Runde. Eine Runde hat es gehalten. Das ist bitter. Das ist so bitter. Ja, das Terraforming hier ist wenigstens abgeschlossen. Da können wir den nächsten Planeten angehen. Hier oben müssten wir ja auch noch fertig terraformen. Da haben wir noch einen Planeten. Das haben wir fertig. Hier, die müssen wir noch kolonisieren. Hier haben wir auch noch einiges zu machen. Ja, ja, wir müssen... Aber hier oben, das ist das Problem. Da habe ich halt die Ferengi als an der Backe. Ich will erstmal hier unten die zwei Systeme. Dann haben wir ja auch noch die Systeme. Naja, wenn die Sternenbar ist fertig ist, habe ich hier hinten wenigstens schon mal eine Verteidigung. Hier, Altair habe ich auch noch. Scherjag werde ich mir nicht holen können. Ulja, da könnte ich einen Angriff wagen. Das werden wir auch mal machen. Wir werden mal den Romulanern eine kleine Botschaft übermitteln. Oh, nee, 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 nee. Ich ziehe mal alles im Konos-System zusammen. Gut, dass ich die reingezogen habe. Ist mir beinahe nicht aufgefallen, dass die Romulaner zum Kampf bereit waren. Puh. Und jetzt müssen wir ihre Kommandoschiffe ausschalten. Nahangriff auf die Bird of Grey. Äh, Bird of Grey. Warbirds, Warbirds, meine ich. Sehr schön. Das ist der erste. Umkreisen und Angriff. Bleibt dran. So. So. Meine Krieger. So muss das aussehen. Jetzt machen wir das Kleinzeug weg. Oh, sehr schön. Ach, da kommen wir aufs Auto. Sehr schön. Sehr schön, so muss das aussehen. Und jetzt greifen wir Ulja an. Ich tarn mal und ziehen wir hier rein. Nächste Runde haben wir das erste Kolonieschiff. Ja, das ist jetzt so ein Balanceakt. Ausbauen des Gebiets. Peter, ein Jagdgrund wurde zerstört. Aktuos Baureihe ist leer. Das ist rechts oben das System. Da habe ich natürlich kaum Produktion. Wir bauen mal die Gießerei aus und die Leerhallen aus. Was Wachstum reinkommt, geht jetzt in Forschung. Ähm... Ja, das... Hier oben brauche ich keine Schiffswerke bauen. Bei der geringen Produktion. Und dann ist das System auch nicht gerade riesig. Dann müsste ich es erst weiter terraformen. Ne. Hier die Starbase muss fertig werden. Ziel für Terraforming wählen. So, der nächste größere Planet. Das System wird dann langsam interessanter. Oh. 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 Äh. Erste Kommandoschiff weg. So, das Schiff muss nah dran bleiben. Wir müssen jetzt die Kommandoschiffe wegpflücken. Anfang ist gut, der Anfang ist gut. Ja! Pflückt sie weg! Es könnte klappen. Ja, in die Flucht geschlagen. So, meine Krieger, so geht das. So kämpft man. Ah, das Kolonieschiff ist fertig. Der Seefonnay werden wir erstmal angehen. Und hier holen wir uns jetzt alles, was die an Schiffen da drin haben. Es wird nicht leicht, aber... Irgendwer muss es ja tun, ne? Irgendwer muss es ja tun. Anflugangriff. Ein Truppentransporter weg. Und jetzt Nahkampfangriff auf den Warbird. Ne, kann ich noch nicht. Das war ein Statement, würde ich mal sagen. Wenn ich jetzt Truppentransporter hätte, könnte ich das System sogar übernehmen. So, dann geht ihr weiter nach U-Mod. Du bist jetzt hier angekommen, das ist sehr gut. Du machst erst mal den Planeten fertig. Verdammt. Wir müssen die Ferengi da hinten wegkriegen. Planänderung. Wir machen hier unten die Systeme erst mal fertig. Unsere Kolonieschiffe lassen wir hier unten arbeiten. Und wir gucken mal, ob die Nausikaner bereit sind für eine Mitgliedschaft. Das wäre wichtig. Ne, die Starbase wird langsam fertig. Unsere Krieger waren siegreich. Terraforming abgeschlossen. Wir haben unseren Hauptfeind jetzt hier in der Richtung. Wir können mal gucken, ob wir... Haben wir neue Handelswege inzwischen freigeschaltet? Nein. Oh, hier. Nach Riesa. Chelya. Ich nehme Riesa. Riesa, das Erholungsparadies. Das ist immer gut. Wir schalten aber mal die Ansicht der Handelsrouten aus. Das finde ich immer eher irritierend, wenn dann alles voll ist mit den Linien. Da kann ich nachher nochmal nachsehen. Was haben sie hier? Sechs Kriegsschiffe und einen Zerstörer. Hm. Hier unten können wir Elba und Maluria noch kolonisieren. Und dann schicken wir das Kolonieschiff gleich mal nach Elba. Wir gucken auch mal eine Forschung nach. Wir sind bei 77% bei Computer. Ups, da wollte ich nicht hin. Ähm. Übersicht wollte ich jetzt. Oh, meine Güte. Man wird auch nicht jünger, ne? Guck mal, Handelsgüter, Bracker-System. Gut, was wir hier brauchen. Zwei Jahrgründe, da kaufen wir gleich mal einen. Das könnte nämlich sonst knapp werden. Dann werden wir die Gießereien ausbauen. Materieöfen. Hier gibt's ne Militärwerft dann. Dann schauen wir weiter. Dass wir im Bracker-System unsere eigenen Schiffe bauen können. Gut. Tarnen. Wie gesagt, das ist jetzt so ne läppische Flotte hier. Dienet mehr zu, äh, bisschen Abschreckung. Bisschen Feuerunterstützung. Mehr ist es gar nicht. Aber ich will hier hinten mal gucken, ob ich die nicht jagen kann. Auto. Auto. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Keter, ne Hungersnot. Ach, verdammt. Wir brauchen den Jagdgrund ganz schnell. Wir brauchen den Jagdgrund, das hab ich ganz vergessen. Da haben wir zwei Marauder. Wir greifen mal das U-Mod-System an mit allem, was wir haben. Und ich schicke das Kolonieschiff Jochen-System. Ein Kommandoschiff. Okay. Ich beschwere mich nicht, dass so Schiffe opfern. Das ist super, aber... Ich trau den Aktionen nicht. Selbst wenn ich mit allem reingehe, was ich hab, bringt mir das nix. So, die zwei Bird of Raider oben rein. Kolonieschiff hier rein. Dann sehen wir mal zu, dass wir das System fertig kriegen. Keter, kaufen wir den Jagdgrund. Dann gibt's noch zwei weitere Jagdgründe. Oh, der Stress hier. Der Stress. Das macht einen fertig. Ah, das Kolonieschiff ist da. Befehle, Terraform. Ziel für Terraforming wählen. Sehr schön. Verstanden. Dieser Kampf. Ich hatte mehr erwartet. Von der All-Opistat. Ich hatte mehr erwartet. Ich hab sie lieber einzeln und pflückse jede Runde ein, zwei Schiffe weg, als dass sie alle sammeln. Terraforming. Hier ist ein Planeten, aber dann haben wir das nächste System. Ziel für Terraforming wählen. Ein System, was sich dann auch richtig lohnt. So, hier läuft das Terraforming. Du kannst jetzt hier oben Ziel für Terraforming wählen. Endlich das System mal fertig machen. Ja, das geht ja hierin, ne? Ja, ich muss da oben auch Schiffe haben. Ah, Klasse 4 Leerhallen freigeschaltet. Wir gucken mal Objektdatenbank. Ähm, ich brauche Sternenbasis 3. Oh. 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 Ja, da ist jetzt aktuell gar nicht so viel Luft drin. Wir gehen mal einfach auf Waffen. 4. Bessere Waffen sind immer gut. Gerade in unserer aktuellen Lage. Ja, die Bird of Way gehen da hoch. Da brauche ich sie gerade einfach. Hier die 5 Kreuzer. Hier die Romulaner kommen wieder. Auf nach Connors, meine Freunde. Auf nach Connors. Ja, Täter muss ich jetzt wieder aufbauen. Das war jetzt nicht so dolle, ne? Ah, hier freue ich mich drauf. Unsere Krieger waren siegreich. Ah. Sternenbasis 40 gestellt. Ja, nicht Angriffspakt zwischen denen, äh, das kann mir noch, äh, das kann mir egal sein. Schlimmer wär's, wenn sie mehr machen, ne? Was haben sie hier? Uh, da ziehen sie einiges zusammen. Das kann doch unangenehm werden da unten. Das kann doch unangenehm werden. Und da kommen die, äh, Romulaner wieder. So. Nahangriff. Die Warwürts ausschalten. Die müssen möglichst schnell weg. Einer weg. Äh, Gruppe wählen, umkreisen. Bleibt an den Warwürts dran. Ja, die Warwürts kriegen wir. Gruppe wählen. Nahangriff, ran. Die Station haben wir halt verloren jetzt. Äh, Nahangriff. Das sind zu viele. Wir müssen uns zurückziehen. Naja, drei haben wir retten können. Ja, die Verluste sollen gerecht werden. Da habt ihr recht, meine Freunde. Da habt ihr recht. Ab in das System hier. Ich brauche... Nein. Äh, ich brauche, äh... Oh, Angriffstransporter. Und den Butterfray hole ich mal hier hoch. Das ist so bitter. Ja, die Romulaner mit ihrer Tarnung, das ist halt das Problem, ne? Ne, ich kann mir das nicht leisten, die Nausikaner jetzt mit Geschenken zu überschütten. Zwei Runden, da habe ich einen Schlachtkreuzer. Jetzt hier haben wir es. Ja, Gießerei ausbauen, kaufen wir. Endlich mehr Raum zum Atmen. Sehr schön. Und... Wir kaufen die Militärwehr. Hier unten, jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall eine Gießerei zu beginnen. Kauf bestätigt. Machen wir... Nein. Äh, danach ein Jagdgrund, Materieofen und dann nochmal ein Gießerein. Wie lange brauchst du denn für den Kackplaneten hier? 72%? Das ist ein Skandal. Also müssen wir da die Peitsche rausholen. 53% hier oben. Das System muss größer werden hier. Ja, da fehlt auch kein Weg dran vorbei. Äh, Kackersystem. Baureihe ist leer. Gucken wir nochmal drauf. Wir haben einen Nahrungsüberschuss. Wir haben viele Arbeitskräfte über. Wir haben hier eine Werft, würde ich erstmal sagen. Gießereien. Fünf Gießereien. Und dann schauen wir mal, was wir Schiffe bauen können. Der Schlachtkreuzer, den sammeln wir hier oben. Den Bird of Prey ebenfalls. Und... Tarnung an. Tarnung an. Dann gucken wir mal. Äh, ja komm. Abkommen wird angenommen. Ich habe keine Wahl. Ferengi. Nicht Angriffspakt. Wir werden es trotzdem den Romulanern auch mal anbieten. Kommen umstrittenes Gebiet kriegt da. Ei, 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 ei. So. Nahen Angriff. Vorbild. Der Kampf wird ihr letzter sein. Sie werden einen Stahl. So viel Sie uns total erlaubt ist erteilt. So viel Sie uns schilden. Ja. Bestätigt. Äh. Gruppe wählen. Jetzt nah ran. Jetzt müssen wir möglichst viel abschießen. So viel Sie uns schilden. So viel Sie uns schilden. Den haben wir weg. Schießt möglichst alles ab. Wo ist, wo ist, wo ist. Ja. Wir haben einige zerstört. Wir haben Warbird weggemacht. Wir haben ein bisschen von den Kleinkramen weggemacht. Das war ein guter Schlag. Ein guter Schlag. Wie sieht es hier aus. Wir kaufen den nächsten Angriffstransporter. Zwei Warbirds haben sie dort. So. Befehle. Terraform. Wir machen das System fertig und dann geht es hier in die Systeme rein. Weil da ist ja momentan noch gar nichts zu holen. Das ist ja momentan noch ein Scherz hier. Gerade das System. Da muss ja mehr gehen. Ah, hier unten. Ziel für Terraforming. Nächste Planet. Ja, das können wir jetzt so laufen lassen. Das nächste geht automatisch in die Industrie. Wenn da erst mal Fahrt reinkommt, dann sieht das schon ganz anders aus. Dann sieht das ganz anders aus. Schlachtkreuzer kann ich mir nicht leisten zu kaufen. Sieht es hier bei euch aus. So. Ein bisschen Industrie dazu. Einen Täter will ich dann zum System machen, wo ich Spionage produziere. Dauert halt mal ein bisschen. Auf jeden Fall. Ein Nahrungsreplikator und einen Subraumscanner hätte ich noch gerne. Okay. Unsere Krieger waren siegreich. Bündnis vertraten. Oh. What the fuck? Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Wenn ich jetzt wüsste, wo das System ist. Scheiße. Die Borg auch noch da. So. Die drei Schiffe plus. Ich wüsste, wo das System ist. Hier. Da. Das ist ja jetzt geil. Das Geile ist, die ziehen weiter ihre Truppen an, um mich anzugreifen. Aber sie machen nichts dagegen, die Borg. Seid ihr bekifft oder was? Das ist doch nicht normal. Das Problem ist, ich kann jetzt aber auch keine Schiffe zusammenziehen und angreifen. Weil die mein Hinterland unsicher machen. Ja, und da ist die tägliche Kriegserklärung der Kardasianer. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Die Föderation schlägt uns einen Kriegspakt vor. Abkommen wird angenommen. Die Föderation. Ein Träumchen. Ja, da können wir ja nichts, ne? Wie sieht es hier mit dem Wachstum aus unten? Ja, langsam. Aber wenn das erstmal in Fahrt kommt, dann wird es interessant. Terraforming läuft. Hier sind wir bei 31% vom letzten System. Äh, Planeten des Systems. Tja, und wie es weitergeht. Und ob die, die sich dann doch mal entscheiden, die Borg anzugreifen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Halt, stopp! Hier muss ich mal kurz einschreiten. Ja, äh, die nächste Folge wird es nicht geben. Äh, ich fasse euch das jetzt mal kurz zusammen. Ähm, die Borg haben ja angegriffen. Und meine Erwartungshaltung war, dass die Ferengi Minimum alles schicken. Ich habe angefangen, eine Flotte zusammenzuziehen, um ebenfalls die Borg anzugreifen mit allem, was ich habe. Das Ergebnis war aber, dass, äh, weder Ferengi noch Romulaner noch Föderation, äh, auch nur ein Schiff in Richtung Borg geschickt haben, sondern alles von ihnen weggeschickt haben und alle mich angegriffen haben. Ähm, das Ergebnis war, ich verlor nach und nach meine Station. Es stand dann mit der einzigsten Flotte sinnlos da rum. Und die Borg haben erst die Ferengi übernommen. Die Borg sind da und wir sind mittendrin. Ja, das wird noch ein Späßchen, ne? Das wird noch ein Späßchen, sag ich euch. Ja, ich brauche nur lang genug zu überleben, dass ich mir wenigstens angucken kann, wie die Borg alles überrannen. Aber die KI schickt nicht ein Schiff, nicht ein Schiff. Die konzentrieren sich komplett alle auf mich. Bis auf die Föderation. Es juckt die noch nicht mal. Die haben Bündnis zusammen. Normalerweise würde ich meinen, dass die erstmal gegen die Borg gehen, aber nix. Gucken wir uns das mal zu Ende. Unsere Einheit wurde besiegt. Unsere Einheit wurde besiegt. Unsere Agenten haben neue... Sie sind mutig gestorben. Sie sind ehrenhaft gestorben. Sie starben für den Ruhm des Imperiums. Aber sie starben. Diejenigen, die übrig sind, müssen einen Weg finden, ihren Stolz zu bewahren. Denn das Imperium lebt in unseren Herzen weiter. Das war toll. Also, äh... Ich muss aber zu sagen, was mich an dem Schwierigkeitsgrad stört, dass die KI schieht wie die Hölle. Also, die produzieren mit einem Planeten mehr Schiffe, als ich in meinem gesamten Reich produzieren könnte. Und das finde ich störend. Das macht auch keinen Spaß. Also, ich werde einen Schwierigkeitsgrad das nächste Mal wieder runtergehen. Da habe ich auch ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen Roleplay reinzubringen. Da habe ich Bock drauf. Nächste wird dann auf schwer. Wieder Balance of Power, weil an sich nehme die Mod. Die will ich mal auf schwer mehr angucken. Also, dann. Bis in die nächste Partie. Lebt lang ohne Ehre. Und lasst euch von dem Borg nicht ärgern. Haut rein.